Der rote Lötschendaler oder das Saphir, wie man ihn auch noch sagt. Zwei nehmenfreie Herdtöpfel, das kommt auch davon, dass zugleich in den beiden Dälern, auch wenn sie weit auseinander liegen, der Herdtöpfel bis weit hoch auf die Sonneterrasse auf 1500 m angebaut worden ist. Noch heute pflanzen die einheimischen Bergbauern die traditionelle Sorten für einen Eigenbedarf an. Sie hat eine hohe Stärke gehalten. Wer also wieder einmal einen Herdtöpfelstock erleben will, wie zur Zeit der Grossmutter, dann muss er mit dem roten Lötschendaler arbeiten. Probiert es aus, es ist ein überwältigender Herdtöpfel. Er hat ein schön weiss cremiges Fleisch, ist grossartig für Röste, Gratin oder wie gesagt für einen wehrschaften Herdtöpfelstock. Vom Kochtyp her ist es ein deutlich mehlig kochender Herdtöpfel. Ein guter. Ein guter. Ein guter. Ein guter. Untertitelung des ZDF, 2020